Ich habe jetzt auch einen Fortnite Creator Code, Team Gaby, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, unterstützt mich mega und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir suchen heute Fortbyte 79, um unser Bild endlich mal voll zu bekommen. Und ich möchte endlich Stufe 60 werden, um 84 dennoch zu kriegen. Ich muss unbedingt mal hier Solo und so alles spielen, um die ganzen Fortbytes dann auch noch freizuschalten. Ja, wird sehr lustig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Fortbyte Nummer 79 suchen zu finden in einer Spielehalle und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Game wieder. Bis gleich. So Leute, wir befinden uns im Bus und zwar müssen wir hier zur Megamall gehen, damit wir da zu der Spielehalle kommen. Befindet sich hier im Mega-Mall. Ihr wisst es ja, Megamall ist eigentlich ganz schön geil, aber ich bin echt immer noch so, dass Neo Töte jetzt wieder steht. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich unten. Wie findet ihr eigentlich den Twitch-Point-Skin, der damals rauskommen ist? Also der weibliche, den ich gerade die ganze Zeit spiele? Finde ich eigentlich ganz nice. Das ist eigentlich ein cooler Skin. Schauen, ob noch wer mit mir mitkommt. Ja, unter mir ist noch einer. Wir sehen uns dann gleich wieder im Spieleladen. Bis gleich. So Leute, wir müssen jetzt schnell sein. Hier drin befindet sich der Fortbyte. Ehrenlos, dass er mich direkt tötet. Also ich weiß nicht, wie man so versessen sein kann in einem fucking dreckigen, verfickten Kill. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Auf jeden Fall findet sich hier drin. Wir schauen ihm jetzt noch kurz zu. Schreibt mir mal alle an, ne? Ich verzeihe ihm das nie. Ich werde ihm das nie wieder verzeihen, dass er so ehrenlos gespielt hat. Auf jeden Fall befindet sich, ihr seht hier links, ist der Toys und gegenüber der Seite von dem Pizza war das, glaube ich gerade. Da befindet sich der Fortbyte. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video hier drunter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.